Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Let's Play von Isolomus. Oder wie auch immer man es aussprechen mag, ich habe nämlich keine Ahnung. Hoho, äh, das ist von demselben Typen, von dem auch WooRoom ist. Aber im Gegensatz zu WooRoom war dieses Spiel nicht umsonst. Aber ich dachte mir, da WooRoom so cool aussah, gebe ich mir auch das hier mal. Und es hat ungefähr 43 Cent gekostet oder so. Deswegen ist es auch nicht schlimm. Ich denke mal, das wird wieder nur so eine Viertelstunde, 20 Minuten gehen. Aber ist egal. Legen wir los. Ähm, cool. Was mache ich? Ich mache ein paar komische Männchen fertig. Wundervoll. Äh, muss ich jetzt alle... Nein. Ah, cool, eine Kettenreaktion. Fancy. Und jetzt? Ich weiß es nicht. Zerstören wir die Autos. Weg mit den Autos. Was mache ich hier, außer Dinge kaputt machen? Moment, was bist du? Dich sehen wir uns mal genauer an. Äh, die Sonne sieht irgendwie gruselig aus oder was auch immer das sein soll. Ah, okay, 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 okay. Die Sonne sagt mir, er soll als nächstes essen. Dann isst er auch als nächstes. Ein Buch lesen vielleicht? Handy, Computer. Nehmen wir mal den Computer. Wundervoll. Und was ist das hier? Äh, ich hab nicht die leisteste Ahnung. Schau mal aus dem Fenster raus. Was, was mache ich hier? Ja gut, geh schlafen. Oh mein Gott, das ist sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Sehr, 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 sehr seltsam. Und ich finde das ziemlich cool. Ich mag das. Nägel, Schlüssel, Nägel, Schlüssel. Nägel, Schlüssel. Ich glaub, Schlüssel ist besser, oder? Oh man. Öffnen wir mal dich. Warte, warte, dich kann ich nicht einfach öffnen, oder? Nee. Hm, dann öffnen wir mal dich. So, und jetzt muss ich gucken, wo welcher Schlüssel hinpassen könnte. Äh, probieren wir dich mal hier. Äh, ich glaub, das war falsch. Du vielleicht? In welchen von beiden soll ich den stecken? Probieren wir den hier. Geht nicht? Na dann den hier. Äh, ich weiß beim besten Willen nicht, was ich hier mach. Sehr verbogen, ne? Verbogen vielleicht hier? Das klang gut, oder? Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Ähm, war irgendwas davon richtig, oder? Äh. Okay. Was? Okay. Die Tür ist offen, glaub ich zumindest. Was zum Hacker passiert hier? Warum verprügelt mich mein Kühlschrank, oder was auch immer das ist? Auf jeden Fall verprügelt mich meine Tür. Was? Was? Hä? Ach, man kann dasselbe Manöver die ganze Zeit wiederholen, wenn man möchte. Ab ins Bett. Ich... Was? Ich hab echt... Keine Ahnung, was hier passiert. Komm ich jetzt woanders raus? Ja. Nein. Hä? Iiiiih. Iiiiih. Oh Gott. Ist das widerlich. Äh. Ich kann nur den hier aktivieren, oder? Ja. Was? Was? Ich bin schrecklich, 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 schrecklich verwirrt von diesem Spiel. Das ist irgendwie noch seltsamer als Ruru, ich glaub's kaum. Aber es sieht super cool aus und ich liebe es. Ähm. Fressen die sich gegenseitig? Äh. Was passiert? Meine Fresse, was passiert denn hier wieder? Dieses Spiel ist so unglaublich, unglaublich seltsam. Ich versteh's nicht. Ich verstehe es nicht. Schön, glaub ich. Die beiden Köpfe sind weg. Und da kommt ein neuer Kopf. Was? Meine Fresse, ich hab nicht die leiseste Ahnung, was dieses Spiel macht. Was ist hier passiert? Ich bin schrecklich, schrecklich verwirrt. Ich kann immer ein so'n Ding weiterspringen. Aber was ist das überhaupt? Hä? Ähm. Was? Was? Okay, was passiert beim Essen? Äh. Äh. Hier bitte, Knoblauch. Nein, kein Knoblauch für dich. Oh, nein. Warte, hier kann ich den Knoblauch aktivieren. Aha. Ah, okay. Ich kann dich hier aktivieren. Und jetzt? Nochmal hier. Schön. Aha. Wundervoll. Was? Was ist das? Ihhh. Wieso kommt dein Auge raus? Fliegt davon, kleiner Freund? Äh. Äh. Moment, was mache ich hier? Aha. Äh, das ist alles invertiert und richtig widerlich zum Spiel. Ah ja, gut. Flüssen wir mal ein paar Leute weg. Äh. Äh. Also das ist jetzt mit Absicht am widerlichsten zum Steuern, oder? Machen wir dich jetzt fertig. Und der oben in der Mitte darf weiterleben aus irgendeinem Grund. Erschießt jetzt mich. Äh. Gut. Gut. Was? Mhm. 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 Ein Buch, in dem nichts drinnen zu finden ist. Schick. Wollte ich schon immer haben. Ah. Was ist das? Nein, im Ernst. Also ich liebe, wie es aussieht. Das sieht so cool aus. Aber ich... Ich verstehe nicht, was... ...das ist. Und ich wurde von einem Kühlschrank oder so... ...gefressen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Was? Ganz egal, was hier passiert. Ich weiß nie, was los ist. Bin jedes Mal wieder verwirrt. War das gut? War das schlecht? Ich bin mir nicht sicher. Was zum Henker passiert hier bitte? Ja gut, bleibt eh nur noch das letzte hier übrig. Das gute Smartphone. Mhm. Buddy, alles fresh bei dir? Okay. Moment, kann ich hier auch was anderes machen? Ich kann dich aktivieren. Ah ja. 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 Das war auf jeden Fall das Ugly Ending. Okay. Spielen wir mal nochmal. Ja, ja. Legen wir los. Weg. 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 Und abwarten. Bla bla bla. Das stören wir hier dieses Mal alles, bevor wir irgendwas anderes machen. Perfekt. Wir warten jetzt einfach ab und machen gar nichts. Wir warten jetzt einfach ab und machen gar nichts. Nehmen wir dieses Mal das hier. Bitte da hin oder muss ich den hier erstmal festnageln? Dann nageln wir mal. Wundervoll. 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 Boah. Boah. Wo kann ich denn noch irgendwas anders machen? Kann ich hier irgendwas anderes machen? Geht nicht so aus. Ja. Das ist schon ein bisschen widerlich. Ja, komm. Gib mir dein Messer und... Aha. Hier kann man auf jeden Fall irgendwas anderes machen. Ähm. Moment. Ich bin schon wieder hier. Jetzt kommt dieser komische Part. Mein Gott. Dieses Spiel ist so seltsam. Ah. Jetzt kommt wieder das hier. Soll ich dieses Mal dafür sorgen, dass ein Gesicht das... andere... auf ist und die nicht voneinander getrennt werden oder so? Schauen wir mal. Keine Ahnung. Das ist so etwas seltsames. Juhu. Sie sehen mir nicht glücklich aus. Kann ich hier eigentlich irgendwas anderes machen? Kann ich hier irgendwas anders machen? Ich glaube nicht. Nee, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus, als könnte man hier etwas anders machen. Hm. Hier auch nicht. Nee, hier auch nicht. Erst. Jetzt kann ich was anderes machen. Oder ja. Okay. Okay. Schön. Glaube ich. Was ist, wenn ich hier einfach niemanden abschieße? Ja gut, ich glaube, ich habe lange genug abgewartet. Nehmen wir dieses Mal direkt den hier und nicht den ersten Haufen von den anderen. Nimm das. Oder hätte ich alle von den anderen abschießen sollen? Ich weiß es nicht. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, was ich hier hätte tun sollen. Wahrscheinlich hätte ich alle von den anderen abschießen sollen, oder? Naja, egal. Kann ich hier noch irgendwas anderes machen? Kann ich... Ach, warte. Das habe ich vorher gemacht, oder? Mist. Mist, 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 Mist. Jetzt habe ich dasselbe wie vorher gemacht. Grat, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Okay. Nimm das ab. Nimm das ab. Yeah. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Ja, dieses Mal war es was anderes. Bei dem habe ich es zumindest geschafft, das andere anzusehen. Mein Gott. Ui. Bla, 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 bla. Das ist schon ein crazy Spiel. Wenn ich dieses Mal gar nicht erst irgendwas eintippe. Ich habe vorher die Hand auf ihn geschoben, oder? Kann ich die Hand auch woanders hinsetzen? Oder kann ich mit ihm irgendwas machen? Nee. Sieht nicht so aus. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas machen? Nein. Doch. Vielleicht. Ich weiß es nicht. So, das gute Buch. Ja, ja. Umblättern. Dieses Mal trinken wir mit euch. Yay. Dankeschön. Ja, ich glaube, dieses komische Tier hier füllt mich ab. Uh, ich fühle mich schon ganz benormen. Ich glaube, das ist wieder dasselbe wie vorher, oder? Hm, das war auch nicht das andere Ende. Moment. Ja, ja. Weg mit euch. Weg mit euch. Weg mit euch. Ich nagel wieder zu, weil es ganz einfach viel schneller geht als diese andere Methode. Hm. Oh, der Kühlschrank wurde zugenagelt. Äh, ja, ja. Jetzt kommt wieder dieses komische Gesichtszeug. Dieses Mal lassen wir es genau andersrum passieren. Dieses Mal wird diese gruselige, seltsame Sonne aufgefresst. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich noch nicht das andere Ende bekommen, aber ich hätte es gerne. Wundervoll. Äh, nehmen wir dieses Mal wieder die Zahnbürste. Zerstören wir ihn. Oh, Gott. So, hier schießen wir mal alle außer den anderen Typen da ab. Wunderbar. Das ist zumindest mal was Neues wieder. Hehe. Äh, ich weiß nicht, was das ist, aber okay. So, das hier kenne ich ja schon wieder. Och. Wundervoll. Dieses Mal muss ich doch auf jeden Fall das Messer auf die anwenden. Und sie dürfen nicht einfach wegfliegen. Was auch immer das für eine komische Missgeburt oder Missgestalt hier ist. So, nimm das. Okay. Es wird gefressen. Yay. Schön. So, hier nehmen wir dieses Mal den Kühlschrank. Da kennen wir auf jeden Fall eh schon beide Optionen, deswegen... Mäh. Ach, warte mal. Irgendwie muss es hier ja noch was anderes geben. Äh. Hm, was muss ich denn hier anders machen? Da sehe ich ja eigentlich nur diese Option hier. Hm. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ah, jetzt komme ich zum anderen Ende, oder? Oder? Das war doch vorher anders. War das vorher anders? Ich weiß es nicht. Ja, das war auf jeden Fall anders. Hehehehe. Ach, muss ich hier nochmal was machen? Ja. Aha. Jetzt habe ich die beiden Enten, die dieses Spiel hat, gesehen. Und ich muss sagen, ich bin schrecklich verwirrt, aber es sah super cool aus und war eine interessante Erfahrung. Also, für 43 Cent war das schon in Ordnung, würde ich sagen. Hat mir gut gefallen. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr weitere seltsame Spiele sehen wollt, dann lasst doch ein Like da und abonniert den Kanal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.